mal wieder ein video mal wieder ein messerchen habe gerade mal wieder eine kleine großbestellung gemacht eine kleine großbestellung ergibt ja auch sinn und da ist wieder ein angelo abends messer bei rumgekommen ich bestelle immer bei demselben händler weil er wirklich super günstig ist kann ich immer wieder nur sagen kann man natürlich die mega qualität verlangen also das messer kostet zum jetzigen zeitpunkt 4,49€ glaube ich ja 4,49€ so sieht das ding aus hier schön mit gürtelkipp natürlich wie immer dann hier ist es überhaupt erlaubt dass man es mit einer hand aufmachen kann ich glaube nicht aber ich habe es gerade eben erst in deutschland bei amazon gekauft deswegen mache ich da einfach mal ein video von so sieht das gute stück aus ich glaube das ist nicht erlaubt aber ist von der verarbeitung her eigentlich ganz gut die klinge klingel die klinge wackelt nicht ja sieht sieht echt gut aus also für 4,49€ kann ich wirklich nichts sagen dazu gibt es auch halt nicht wirklich viel zu erzählen nichts besonderes ich werde euch das teil auf jeden fall verlinken und wenn ihr bock habt lasst mir halt einen daumen da oder auch nicht ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann ciao